Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Warhammer 3 mit mir dem Tante genau bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit den mächtigen Skaven, die wir gerade bekämpfen. Und wir spielen natürlich den Kriegshahn der Trauer, die Dryka, die hier allerdings selber gerade nicht Ast anlegen kann. Ähm, wir haben es mit einer gar nicht mal so schwachen Skaven-Armee zu tun. Aus irgendeinem Grund kriegt die KI die Skaven mit so am besten gemanagt als Einheiten, aber er hat keine Art hier, das ist unser Vorteil. Also, einmal hier, da ist der Wald. So geht's Naido. Also da hinstellen und die Kanzlerin drüben hinstellen. Das wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Aber wir gucken mal. Was ist jetzt, wo wir sind? Ah, guck mal her. Das ist die Chisels. Und wer hat da noch die Range? Die Giftwind-Mörser sind das. Okay. Äh, dann lauf mal so rum. Genau, das sieht nämlich so aus. Du, das du machst. Ja, er schießt schon auf uns. Lauf noch ein bisschen noch rum hier. Ja, ein bisschen Gift ist nicht so cool. Aber du kannst doch hier mal so ein Dingeling hinzaubern. Schnell weg. Lauf. Da, oder Xena. Ich hoffe, da mal ein bisschen Magic hier. Richtig, irgendwann ist doch, oh, Junge, du drehst dich zu lahm. Meine Güte, die Jazzels, die schießen nicht nur ab. Los auf hier. Guck mal, den Giftwind-Mörser machst du kein, machst du so gut wie gar kein Damage. Schade. Die Giftwind-Mörser machen, merkwürdigerweise kaum Schaden. Wenn die Giftwind-Mörser sind, dann schießen sie nicht mehr so genau. Ah, jetzt kommt er auch. Okay, super. Hast du eine Fähigkeit, womit du schneller durch Wälder laufen kannst eigentlich? Bist du ein Förster? Ja, du bist ein Förster. Super. Guck mal hier auf die Seite. Guck mal hier auf die Seite. Äh, wo läufst du hin? Ich habe keine Ahnung, warum der wieder zurückläuft. Was ist hier los? Ich wollte wieder auf die drauflaufen. Hat der irgendwie so ohne Befehl vorstürmen oder sowas? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Flaxseedah! Drift 2, Kira! Ja, mein Gott. das gebarkt kriegt tatsächlich an gott kommt zurück da einheit mal wieder nicht aus ich habe die Zerber ich krieg sie noch nicht mal ausgewählt indem ich versuche so ein auswahlfeld rumzuziehen so ja 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 lasse ich bloß mich von diesen drecks sturm ratten mit den lebaren krasser das ist das ratten oder sein hält den blockiert unsere einheiten hier ja 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 ratten erst jetzt und du hast sie wieder gestellt oder beziehungsweise sie haben sie es noch mal anders überlegen wenn sich gedacht der günner verfolgt uns okay freist euch satt an ihrem fleisch dagegen die dumm jetzt können wir tatsächlich nicht viel machen beziehungsweise auch einfangen können wir sie nicht gut das ist ja übrigens auch noch mal so eine sache vielleicht also ich habe das schon länger nicht mehr erwähnt ich tue es deswegen einfach noch mal ein guter counter zum beispiel wenn wir nach diesem schere stellen papier prinzip gehen ihr habt oder was euch passieren würde sagen wir mal ihr spielt selber ein doom will und ihr fahrt in so eine einheit helle badenträger rein doom will ist irgendwann früher oder später weg weil es ist ein großes ziel wird leicht getroffen helle baden haben bonus gegen groß und so weiter bla 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 ne also du wie wird sich irgendwann in seine einzelnen zahnräder auflösen das passiert der ki aber nicht weil der kann ja einfach so wieder aus dem nahkampf halt raus ohne moral einbußen und das ist tatsächlich halt was was man hier auch glaube ich also weshalb ich ihr auch dann sagen wir haben nix wir haben nix gegen doom wheels weil unsere nahkampfeinheiten der rennt einfach aus dem nahkampf raus und dann war es das dann haut er halt einfach wieder ab das kann er genau zweimal machen also in der ersten und in der zweiten start dann geht es halt nicht mehr danach ist dann die armee halt komplett weg also das ist für uns natürlich was wo wir sagen müssen das ist konkurrenzlos also das ist besser als alles das ist besser als alles was wir dann wenn ich ihn jetzt noch mal angreifen ich habe noch 24 prozent bewegungspoten übrig das ist tatsächlich echt nicht verkehrt ich behalte mir mal die option offen das nochmal manuell zu machen 55 klaffte holzverlust das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel so damit dürfen nicht geben jetzt momentan wir müssen erstmal keine armee haben ok wir gehen jetzt einmal hier hin aber wenn ich jetzt hierhin wollte könnte er mich abfangen wird es nicht rausfinden aber wir haben den rad der bau der bäume eröffnet sozusagen unsere baum schüler sprecher zu viele armeen weil du jetzt da stehst du musst du damit verteidigen ok das muss ich jetzt manuell machen seht ihr übrigens wieder alles riesige einheit oder keine kleinen einheiten dabei nur diese diese vier einheiten hier die könnte man so zählen glaube ich nicht ich weiß nicht oder jenig wild wird rangers jetzt muss man mal gerade überlegen genau was sagst du das egal wenn man also die sind da würde ich mal sagen die kriegen wir noch halbwegs gut kaputt die ist immer auf die schleim bestie wie viel wie viel wie viel die welt hat die 15 prozent nur okay das ist nicht so viel auf dem rad ist schon da oder hat archie angegriffen kommst bitte hier raus Hahaha. haltet noch einen moment durch bis die schleim bestie down ist die löst ich mich gerade auf ich hasse dich aber ihr seht also die kann hier macht genau das gleiche was der menschliche spieler macht der kämpft auch vor den spawning spots und fängt sich da ab also warum warum sollte man das als menschlicher spieler nicht machen die ki macht genau das gleiche sie dort steine geschossen sie deutsch deine zauber sie dort ja also sie dort die fängt deine armeen ab in der aufstellungszone wenn sie es kann ist doch super dann brauchst du dir als brauche da als menschlicher spieler kein kein schlechtes gewissen mehr zu haben dass du da irgendwas exploit ist oder also das muss man doch jetzt mal ganz eindeutig hier anerkennen oder ich dachte eigentlich er besiegt die armeen bisschen schneller da waren die verluste jetzt nicht so das passt doch der super ist doch gut der arzen zählen dauert okay der erste tag fertig okay so führerschaftsbonus ist gut einkommen aus häfen interessiert niemanden geschoss resistenz interessiert auch nicht abkühlzeit lehre der schatten ist ganz okay das machen wir noch nicht also das mache ich auf jeden fall auch aber auch heute nach der schlacht oder machen wir das das dauert so lange dunkel helfen mir interessiert das alter ja okay hat ein defensiv bündnis mit ins geben gemacht du bist ein weil er die fändet sich halt gegenseitig macht die karriere echt gut ja achan wird ja kämpfen ja den onkel furunkel nachgerüstet kann das sein den hattet ihr doch vorher nicht oder war das der chaos gut nachgerüstet oder der wenigen anderen die auch kaum verschleißen ja wir müssen mal gucken jetzt aber sein dreckshell ist dauernd ja keine dolle armee auf jeden Fall ja ja gut ist das glaube ich ja ich ich ja ich 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 naja der läuft da hoch und wird die höllen grube angreifen durch das ab lohnt sich nicht da geld reinzustecken ich überlege gerade noch ob ich mit 3k den archie angreifen oder ob ich einen anderen helden nehme also mit der arti brauchen wir hier nicht zu kommen das ist sinnlos ja mit der arti brauchen wir nicht zu kommen gegen archie das ist sinnlos am mit des mit dem wir die ich die auch aus wenn ich mich nicht ihre müssen wir angaben er würde sich trotzdem ein das tut er nicht davon medica davon aus das gefecht verliert ja Ich muss immer alte Fakten verteilen, glaube ich. Ja, die wichtigen Zauber haben wir, glaube ich, alle. Was wollen wir noch bei ihr verbessern? Baumschrat und Baummenschen, das halte ich für eine gute Idee. Dann ist er jetzt hier ready mit allem. Nehmen wir noch Cardons Verwandlung und du wirst ans Tier gestalten und dann reicht es ja. Und dann können wir auf Mentor gehen, glaube ich. Wir greifen jetzt den Burschen an, glaube ich. Denn der andere kann er nicht abhauen. Immer wieder was dazu. Aber die Armee ist deutlich geschwächt. Das ist okay, die wird niemand mehr gefährlich. Pure alte Rinde. Wunderschön. So passt doch gar nicht. Ja, sauber. Nagen der Zweifel auf jeden Fall noch auf 1. Okay, also wir haben, wir könnten den Dornen-Schild noch mitnehmen. Ich glaube, es ist nicht so ein schlechter Zauber. Wir nehmen noch ein paar Zaubersprüche mit. Okay. Er kann also sehr gut sein, dass er die Höllengrube einnimmt. Er wird das... Die bekämen wir unter Umständen dann halt sofort wieder zurück. Wenn wir hier drohen würden, würde er wahrscheinlich aber hier attackieren. Könnte sein, dass er hier angreift. Wir müssen halt den Bau des Trollkönigs halt irgendwie besetzen. Da muss uns diese Armee hierbei helfen. Ich laufe hier hoch. Denn, ähm... Wenn wir das nicht machen... Also, wir brauchen das halt als Stützpunkt hier oben. Wie kommen wir denn da? Da kommen wir frühestens in zwei Runden hin. Ich tarne dich und... Das bringt mir nicht nix. Auf den Waldmachter hoch, weil du kannst direkt hier oben versuchen was zu machen. Wenn er hier angreift, ziehen wir uns wieder zurück. So würden wir das wohl machen. Du nimmst bitte noch zwei von denen mit. Das soll eine reine Defensive an mir sein. Erstmal. Höllengrube bauen wir auf jeden Fall nicht aus. Reparieren können wir hier. Wir haben noch zwei Runden Cooldown. Können mal schauen, ob wir hier was rekrutieren wollen. Ach du meine Güte. Der Goldorden bietet uns ja wieder einiges an. Und dann ist es soweit okay. Karakadrim bietet uns noch keine Orgelkanonen an. Und Raikland bietet uns sowas auch noch nicht an. Normale Großkanonen sind vielleicht gar nicht so schlecht. Aber wir gucken mal. Wir schauen nochmal nach möglichen Missionen. Kräuter ist nicht weit weg. Der ist besser. Das war's für heute. Okay. Es wäre noch eine Überlegung zu sagen, wir dem Großkanon mit, um damit halt die ganzen großen Bieste halt abzuschießen, ne? Hm. Schwierig. Okay, gut, das war vorher zu sehen. Alter, guck mal, was die Kisten macht. Jetzt nur ausgeraubt, okay. Na, 80 Kröten hat er geraubt, nice, okay. Da oben? Okay. Das Ende ist nah. Verstimmte Zwerge. Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. Endgame-Krise werden die Zwerge. Aber wir brennen doch so gut. Ach du Schlammler. Dann will ich aber vorher noch Orgelkanonen. Menno. Oh, seid gemein. Kipp mir meine Orgelkanonen. Wenn ich da jetzt hinlaufe, kriege ich wieder die Seuche, oder? Oder? Ich bin nicht der Grund. Eater. Zag, Kadabra. Und? Oh, come on. Das war's für heute. Ich muss doch nochmal gerade überlegen, ich glaube, ist es dann nicht so, dass die dann auch nur mit mir im Krieg sind, die Zwerge? Oder sind die dann auch mit einem im Krieg? Ich meine, da gab es doch mal was, ne? So klar, dass der da als Verstärkung dann da hinkommt, ne? Ium Arbis! Maria Querbil! Also, wir hauen den einmal. Oh, Mann! Lauf mir eh, ooooh! Läuft dahin. Waxio, der Verlorene. Ja, da ist was dran. So, eine Orgelkanone, bitte. Wir nehmen die besser jetzt schon mal. 300 macht 3.000. Dann merkst du ja auch, guck mal. Wenn der Wald der Finsternis 2.700 abwirft, ne? Aber das Ding 3.494 kostet. Ich meine, es ist eine gute Armee, ja? Es ist jetzt aber auch keine Top-Tier. Ich meine, weil die Drohaden sind ja streng genommen Tier 1 Einheiten, ne? Tier 1, Tier 2. Da sind ja nur zwei Tier 3 Einheiten drin. WTF, wo ist das, wo ist da das Verhältnis, ne? Das steht hier überhaupt keinem Verhältnis. Was ist da? Das war's für heute. Das ist krass, weil die Zwerge am krassesten gebloppt sind, oder? Oder? Die Zwerge sind doch heftigst gebloppt. Wenn die Zwerge tatsächlich dann randalieren, ne? Alter, wir kriegen hier so Kassala. Ja, dann gehen wir aber auch hin und geben alles, wo wir irgendwie eine Grenze haben, gehen wir dem Imperium oder so, ne? Dann gehen wir doch schnell eine Mission. Mal jetzt so schnell, wie es geht da hin. Wer da oder da? Ich glaube, er ist irgendwo da, ne? Ich versuche mal, den 10-Typen da wegzustöpseln. Ja, aber klar. Okay. Komm, das machen wir noch und dann gehe ich ins Bett. Die Skaven verstärken. Das wird lustig, ne? Das war's für heute. Was ist das? Okay, schauen wir mal. Wenn es darauf hinausläuft, dass er mir da meine Bärchen plattmacht, dann muss ich mich leider von hierher verschieben. Kommst du mal zurück, bitte? Das wäre schon ein anderer Zauber besser gewesen. Wir müssen die Truppen beieinander halten. Das ist ganz wichtig hier. Hellstorm! Was ist das für eine Einer, die da gerade flüchtet? Ah, das sind die Bären, okay. Hm, ich ahne Böses. Ich glaube nämlich, wir haben hier wieder diese knifftige Situation, dass unsere Einheiten nicht autofeuern. Also ihr kennt das ja aus Three Kingdoms, da gab es ja mal, hier sieht man wirklich sehr schön, wie die Raketenangriffe dodged. Bei Three Kingdoms gab es mal diese Situation, dass die Einheiten nicht mehr automatisch gefeiert haben. Ich kann es aber auch noch nicht ganz definitiv sagen, ob das jetzt stimmt, ob meine Vermutung da in irgendeiner Form richtig ist. Wird es insofern interessant, weil wir hier, glaube ich, echt so viele Einheiten gegen ihn geworfen haben. Und so beharrlich sich einfach weigert, irgendwas auf den Weg zu geben. Wir versuchen ja hier einfach wirklich nur die Truppen zusammenzubringen. Wir kriegen das überhaupt nicht hin. Gar nicht. Wir können überhaupt nicht mal richtig durchlaufen. Also alleine das stellt uns hier schon vor, wie das jetzt Problem macht. Komm, wir gehen mal mit hier rüber. Ich weiß jetzt nicht, warum die verfolgen. Ich mach mal den Defensivmodus an. Hier ist offenbar irgendwas ganz gehörig schief gegangen. Ich mach's jetzt auch irgendeinen Quatsch, ja. Leider funktioniert das hier nicht. Okay, attackier du ihn mal. Ja, dann müssen wir eigentlich verrufen können. Vielleicht kriegen wir es jetzt hin, mit dir nochmal da rauszukommen. Könnte schlimmer laufen. Hier bitte attackieren. Nicht verfolgen. Nein, komm zurück. Da hin. Da hin. Da, 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 da. Da hin, da hin. Okay, sehr schön. Ja, dann einmal bitte. Einmal bitte so. Nein, hier weiter. Der wählt die falschen Einheiten aus. Jawoll. Waren dafür. Ja. Hier sind Einheiten zugekriegen. Kannst du den verfolgen? Kommst du mal hier hin? So. Schön hier bleibt. Nichts verfolgen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hier hin. Da hin. Da hin. Da, komm. Da hin. Bitte verteidigt mal die Arti. Das funktioniert nicht. Die Einheiten, die schießen nicht. Ich muss die Einheiten jetzt, jetzt muss man, jetzt muss man in so einer Situation, das muss man sich mal auch überlegen, ne? Den Drecks General. In so einer Situation müsstest du jetzt noch die Arti Micron, beziehungsweise die Fernkämpfer, jeden einzelnen dreckigen Fernkämpfer. Da auch übertrieben, ne? Wie willst du das denn schaffen? Also soll das noch ein zusätzliches Handicap darstellen, oder was ist damit genau interessiert, ne? Das sind noch sehr, sehr messy. Diese extrem zälen Skavensklaven, die sind wirklich mal wieder vom Allerfeinsten, ne? Halt dich mal. So, jetzt mach mal diesen dreckigen Penner da weg. Alter, der geht mir sowas von auf die Eier. Also das muss man sich auch mal wieder überlegen, ne? Das sind Skavensklaven schleudern, oder? Okay, das sind Schattenläufer. Okay, das sind auch Schattenläufer. Okay, alles klar. Ne, ich nehm's zurück. Das ist okay, wenn die tatsächlich Krill zu machen, dann bin ich noch halbwegs mit einverstanden. Aber die werfen Steinchen auf Bäume, ja? Nein, hier lang. Attackier du hier, mach du hier und du hier. Hier. Wie viel haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen was an Punkten. Geht das? Das geht doch, oder? Guck mal mit denen. Einfach immer. Ja, attackier du die mal. Boah, Alter, das ist nicht wahr, ne? Aber da kommt die ganze Scheiße, kommt wieder und er ballert noch einen Warplitz rein, ne? Weil er hat keinen, er kriegt halt keinen Kohle da rein. Und da kommen sie raus. Wo kommt sie hin? Wo kommt sie hin? Wo kommt sie hin? Die hauptherausforderung besteht man wieder darin, die Einheiten zusammenzuhalten. Die Wehren holt die Wehren mal wieder. Ich schieße auf ihn. Ich schieße auf ihn. so mit dem Kack, hier würde ich jetzt mal reinkommen. Gut. Take the charge! Nah... na also heil dich mal heil dich mal so so Ich meine Endebomben schon rein, komm. müsste eigentlich der der müsste eigentlich durch diesen mordes schreien effekt von den baumenschrenzen ich wollte schon sagen ich wollte schon sagen ja also verluste natürlich horrend hoch also alter da guckst du halt auch an aber hier noch die die siegelung garnison war halt mit so das heftigste was damit reinkam wir leben in verrückten zeiten aber gut die große ratte wird sich da schon was bei gedacht haben die hautwölfe hier die waren ätzend die waren echt richtig ätzend die trolle ging diesmal fand ich tatsächlich das war ganz okay okay ich habe ein laura entdeckt die dinge sie gar nicht so ja wir machen den dorn schild noch an und ich denke dann wenn wir den bau des trollkönigs im nächsten teil einnehmen und ich sage bis dann macht's gut ein paar zuges konvalierte